Hier ist alles sauber. So, gut, dann holen wir uns noch die Zeugnis hin. Okay, wir holen uns noch die Zeugnis hin. Doch wie so kann ich nicht spielen. Okay, das wäre da ein bisschen schmerzend. Das kann nicht funktionieren. So. Hä? 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 Bin ich doof? Entschuldigung, wo geht's denn da hoch? Fahr da oben, oder was? Wie sind die denn da hochgekommen? Ich weiß gar nicht. Ich probier's einfach mal. Vielleicht können die mal eine gescheite Häuser bauen. Warum kann ich nicht springen? Das Flugblatt macht Werbung für ein DJ. Das, äh, sieht ziemlich blöd aus. Gut, äh, hier ist ein Ding, da ist ein Mörser. Aber erstmal machen wir uns die Waffe. So, ich dachte da gar nicht. Ich dachte denn, da kommen wir nicht hoch hin. Wegen den Spikes Dingern. Ah, da rein. Mhh, das ist geil. Und das Longo ist das. Kann ich ein bisschen eine Ausatmen. Ich berate, das ist ja Kater. Und das ist ja der Pfade der Pfade. Ich hab die Pfade der Pfade, ich glaube nicht. Oh, 맞, das ist ja. Und das ist ja. Das ist ja. Also, ich darf nicht raus. Alles okay, alles okay. Ich sehe eine Waffenkiste. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Okay, es ist alles gut. Kurzer Lauf. Ich schaue hier mal einfach weiter. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Alles gut, alles gut. Oh. 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 ich brauche ich tue ich nix kommt man hier eigentlich auch aus ich bin ich bin ich bin das ist der menschwerke hier vielleicht alter wie groß das hier ist Wow Da vorne ist noch einer Oder ist der über uns? Da sind Gegner Ah, hier geht's noch Hier geht's noch Oh, sind Gegner Ach da Wir sind fertig hier drüben Mann, sind die schlampig So Äh, wo sind wir jetzt gelandet? Ah, hier Oh je Ja, das ist eh Kann man hier hochladen? Ich will mal hier den Fluss empfangen Was machen wir denn hier? Ja Starte den Sender Ah, das ist wieder so eine Quest So Das machen wir noch gleich Mal schauen, ob er dir das dieses Mal schaffen will Willst du den Ort nach Informationen absuchen? Joa, doch Oh So Dann Dann fangen wir hier mal an Achtung Feindpräsenz Die sind alarmiert Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Aber ein Ziel, greife an Doch wir wachlegen Und uns fragen Und uns fragen Ob eine verirrte Aufgeräte Aufgeräte Und uns die Kinder sind Und uns die Kinder sind Wenn wir unser Land nicht zurückholen Werden uns nicht Gefinde So oder so Wenn wir sterben müssen Dann noch wenigstens Auf unseren eigenen Verluste Reißt euch zusammen Wir haben Verluste Verluste Umgelegt Inseckung, Idiot! Ab Verluste Verluste, geht drüben Halt durch, ich komme zu dir! Scheiße, der Sender ist hin! Granate fliegt! Gottverdammt! Granate fliegt! Wie was? Danke Oh fuck Habe ich den noch bekommen? Ich weiß es nicht Oh fuck Habe ich den noch bekommen? Ich weiß es nicht Krass, diesmal sterben viele von mir Krass, diesmal sterben viele von mir Ah, ich habe ihn noch Ah, ich habe ihn noch Wo fassst du so lange? Tango getroffen Tango getroffen Das sollte die Moral der Rebellen steigern. Gut. Die Rebellen und Santa Blanca gehen sich an die Wäsche. Greifen wir ein? Entsichert. So, das ist, äh, ich hier alles mache und er nicht. Aber naja. Wir sind hier das schnelle Eingreifteam. Und wir machen das. Hier ist einer dieser Kartellorden. Den wird ein Sicario vermissen. So. Ein Unidad Vogel, aufpassen. Unidad Soldatenrücken an. Ähm. Ja, wenn wir auf, äh, zum Beispiel treten, dann kommt das vor. Aufpassen. Ailey, runter, runter! Aufpassen. Ja, das ist, äh, Papalia. Die Gefahren sind zu kommen. 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 Die Gefahren sind von ganz tief. Ja, ich hab's nicht alle, wenn ich überraschere mich. Ihr Leutnant, verpissst sich. Wir haben den Kontakt mit den Truppen verabschieden. Alle Unitäten halten sich in Formation der Busskette. Was ist das? Scheiße, meine Nerven, Mann. Granate fliegt. Öffne Feuer. Granate kommt. Come mierda, culeros. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? bereit machen feuer hat verstanden so verluste reißt euch zusammen wir haben verluste scheiße wir haben verluste vielen dank pass doch auf das war ein zivilist jetzt geh halt da rüber es gibt ja von hinten gut maschinenmunition habe ich nicht ja willst du mal kommen hier ich hab dich halt einfach durch bin auf dem weg ich bin schon da der karl ist verdammt wir haben verluste ich bin gleich da wenn du ziehen könntest hättest mich nicht erwischt in den staub verluste reißt euch zusammen wir haben verluste verluste hier drüben ich hab gar nicht alle munnen mehr runter alle runter das heli granate granate runter runter granate weg heli in den staub runter alle runter heli wieso müssen die den heli angreifen und die unidat dann auch und dann schauen wir mal drei habe ich das kostet alles zwei also der falsche mal c4 fernglas aufklärung kostet auch zwei so würde ich sagen gehen wir gleich hier weiter hier was gibt es da schulter schützen maschinenpistole das ist jetzt äh nicht ganz so äh wichtig so da gibt es ein Auto da gibt es ein Auto ja komm ich fahre ich fahre man ich darf überhaupt nicht mehr fahren nur wegen dem einen mal ich will den Hubschrauber drohne fliegt ich hab ein ziel mit maschinenpistolen ja ich seh den doch oh feind markiert ich sehe einen hauptmann feind gesichtet da ist einer mit maschinenpistolen da ist einer mit maschinenpistolen ja das habe ich ja ja das habe ich ja 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 dann wollen wir mal jetzt den heli angreifen schnambulieren ich gehe in position ziele fasst bin bereit such eine gute position alles klar gehe in position hab das ziel mein ziel ist weg auf dein zeichen boss hab kein ziel mehr du musst einfach weil ich nicht ziel erfasst kann das ziel nicht mehr sehen roger ziel erfasst geh in position hab kein ziel mehr roger ziel markiert ok bereit für den angriff hab ihn das war knapp komm hoch die in position ich brauche eine bessere position ich habe das ziel roger ziele fasst tango getroffen sehr schön gut mal das da einmal das da einmal das da einmal das da einmal das da gut äh Telefon 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 buildings 9 15 15 15 16 15 20 15 Untertitelung des ZDF, 2020